Yo, 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 ich bin gerade in Dortmund vor einer Kirche. Ja, heute ist ein Case-Tournament für Manga-Mafia und ich darf dabei sein. Und ich sehe schon, Yu-Gi-Oh-Spieler, eine ganze Menge. Ich werde euch heute mal ein bisschen gucken, dass ich mal zeige, wie so ein Turnier abläuft. Ich werde euch mal ein bisschen zeigen, wie das halt so ist, wenn man sowas aufbaut. Denn ich durfte gerade auch ein paar Sachen mit reinschleppen, denn ich würde dazu genötigt, Sachen mitzupacken, mitzupacken. Da werden auch ganz viele Sachen zu verkaufen mit drin sein. Es gibt Essen und Trinken, logischerweise. Und die Yu-Gi-Spieler sind auf jeden Fall richtig am Start. Na ja, machen wir mal auf. Kann mehr. Ich glaube, dass du dich eh nicht sehen kannst, oder? Weil ich mir mal ein Tide-Gebäck und... Aber hey, ich grüße mal Wettung. Oder ich ziehe einfach einen Gold-Prile-Nitro-Sprenger. Da sehen sie auch so weiter. Ja. Wow. Fast das Blazing bekommen. Jo, jo, was geht? Runde 1 vorbei. Ich habe... ...so hart gebrickt. Paul Lee. Ich bin first gegangen, hatte zwei Clips, Lightstage plus Lilibel plus einen Enemy-Controller. Das macht tatsächlich nix. Im zweiten Game habe ich theoretisch wohl Combo. Mein Gegner gibt mir einen Droll. Ich hätte vorher einfach Rap beschweren können. Dann hätte ich das aufhalten können, aber dann hätte ich auch nicht so viel machen können. Und dann gibt er mir einfach einen Change of Art auf mein Exi-Monster und rennt mit Zeus, wenn man es so war. Und hat dann voll kommentiert Combo. Da konnte ich nicht so viel machen. Hab also alle enttäuscht. Für alle, die Sie wissen, ich spiele übrigens heute Sprite. Purr Sprite. Ich habe die Routing-Variante getestet. Ich fand die nicht ganz so geil. Deswegen habe ich mich für das pure Deck entschieden. Das theoretisch sehr viel in den Engines spielen kann. Ich habe dann trotzdem noch extra Normits an meinen Engines reingepackt, um halt ein bisschen was mehr machen zu können. Hat nicht so ganz funktioniert im ersten Match. Gucken wir uns das nächste an. Was geht, was geht, was geht. Wir haben Runde 2 vorbei. Ich habe gerade gegen Kashtira gespielt. Und wisst ihr, was das geile in Kashtira ist? Zeus ist eine Karte, die das Hobs nimmt. Ich habe das gewonnen. 2-1. Das erste Game ist ja angefangen. Er hat mir alles hingelegt. Er hatte halt eine Hand. Er hat sich mit der Fieldbell den Kashtira-Specialer gesucht, weil er einfach alles hatte. Und hat mir alles dahingelegt. Komplett. Exakt gebanished. Karten gebanished. Und hat leider meine Lilibell gebanished. Weil mit der Lilibell hätte ich durchspielen können über Zeus. So habe ich es nicht geschafft. Zweiter Game. Ich angefangen. Hab ihm alles hingelegt. Er evilt mich in der Battle Phase. Ich aktiviere Lanza von meiner Hand. Reingestated. Gute Karte gegen Evli. Und dann im dritten Game. Er geht first. Macht mir Rise Hard Pass. Ich ziehe zweimal Light Stage. Er hat mir wieder meine Lilibell gebanished. Ich treffe aber mit der Light Stage eine Setkarte, die mir was aus der Hand klauen kann. Was ziemlich gut ist. Ich schaffe es dann auf Zeus zu kommen. Kleine das Board. Macht dann ein Kombo. Hab dann quasi alles auf dem Feld. Er hat keine Karte mehr in der Hand. Zieht dann nach. Zieht dann tatsächlich ein Fenrir nach. Was ziemlich gut ist. Ich habe aber einen Bug. Und dann ist danach einfach vorbei gewesen. Guck mal was für die nächste Runde passiert. Nach Runde 3 habe ich wieder verloren. Ich habe gerade gegen Sprite Lifestream gespielt. Das Deck ist wirklich echt echt gut. Kann auch extrem okay grinden. Das ist halt die Stärke von dem Deck. Das kann mein Deck halt nicht so gut. Deswegen glaube ich das erste Game hat sich so 25 Minuten hingezogen. Also ganz schön lange. Und dann habe ich im zweiten Game halt komplett Endboard gelegt. Aber es hat halt nicht gereicht. Weil er quasi durchspielen könnte. Weil ich nicht genau wusste, wo ich es interrupten kann. Weil ich nicht wusste, wie viel er noch machen kann. Und hat dann quasi auch eine richtig gute Hand gehabt. Ja, da haben wir uns halt zu Tore gerindet im zweiten Game. Und dann hat der Zeus meine ganzen Karten weggemacht. Und dann habe ich halt verloren. Das war ein bisschen ärgerlich. Das Schöne ist aber, wir haben auch gerade Runde 4 gespielt. Da habe ich gegen Mathmag gespielt. Ich muss sagen, das Deck ist deutlich scarier, als ich anfangs angenommen hatte. Das ist wirklich, wirklich gut. Auch gerade gegen mein Deck, weil es halt einfach den Excode macht und mich einfach umringt. Ich konnte es gewinnen. 2-1. War ganz schön knapp tatsächlich. Also knapper, als hätte es sein dürfen, muss man fairerweise sagen. Weil der Spieler hat das relativ am Anfang wahrscheinlich gespielt. Hat zumindest auch meine Karten nicht gekannt. Was komisch ist, weil ich ja Sprite spiele. Aber das war ein cooles Match. Clips ist eine Karte, die ist ganz in Ordnung-Format. Die stoppt halt viele Plays vom Gegner. Und wenn man dann die Komma durchdreht. Und Mosquito ist insane. Mosquito ist eine richtig gute Karte. Im ersten Game habe ich ihm halt Mosquito OTK gedrückt. Im zweiten Game habe ich ihm halt Garmin' Böse OTK gedrückt. Das Deck kann richtig gut OTK an. Also wenn ihr mal gegen Splash spielt, vergesst das nicht. Das kann euch ganz schön hops nehmen. Ich würde sagen, gehen wir die nächsten Runden. Ich glaube, wir spielen mal 7 Runden. Also gucken wir mal, was gleich noch passiert. Ich werde euch ja mal ganz kurz in meinen Deck reinspringen, was ich gespielt habe. Meine Katze ist auf jeden Fall auch am Start. Also die letzten Runden habt ihr ja nicht mitbekommen, was ich gespielt habe. Ich bin am Ende wenig 4-3 gegangen. Das war richtig, richtig sad. Ich habe heute meine Matchups, die ich verloren habe, zwei Mal durch Cryon verloren, was halt klar war mit Sprites. Und einmal durch Brick, das war Todesbrick. Und das letzte Matchup, das war richtig witzig. Da habe ich gegen Rika gespielt. Weil die es nicht kennen, Rika ist ein ganz gutes Deck. Er hat nicht so gut eröffnet, hat eine Karte SZ gehabt, hat Strenner gemacht, das Exe-Monster. Und dieses Exe-Monster reicht, weil er das eine Monster im Grave gehabt hat mit der Feed-Spill, in dem man über Monster tributieren kann und negaten kann. Das heißt, meine Normalsam hat er tot. Ich hatte nur noch einen Normalsam auf der Hand. Ich habe also Chained Fahrt gemacht auf seinen Monster. Klaue mir seinen Pflanzenmonster und er aktiviert Rivalry of the Warlords. Ich Chained darauf einfach meinen Starter an, um halt das Pflanzenmonster aus Feld zu kriegen, also das Donnermonster, damit ich das Pflanzenmonster tributieren kann, damit es weggeht. Fun Fact, die letzte Karte, die da saß, war ein Judgment. Das heißt, ich hatte einen Pflanzenmonster, mit dem ich nicht angreifen konnte. Mein Gegner hatte nichts, hat ein Top-Deck und Top-Deck das Normale-Monster und das ist dann auch dein Game. Das ist ein bisschen ein Fortschnitt, aber ich sage, sprühe kurz darüber, weil ich so gespielt habe. So, ich zeige euch nochmal mein Deck. Wie gesagt, ich habe Sprite gespielt und ich werde euch mal ganz kurz erklären, was die Theorie hinter dem Deckbild gewesen ist, weil ich bei dem Turnier ein bisschen was ausprobieren wollte. Ich habe logischerweise drei Blue, drei Jet, ein Red, ein Carrot gespielt. Das Monster-Lineup würde ich auch tatsächlich nicht ändern von den Sprite-Karten, weil das die besten sind. Pixis braucht ihr im Deck nicht und das auf jeden Fall das Bär-Minimum. Das wollte ich auf jeden Fall spielen und das sollte man auch spielen. Und ich würde nicht mehr spielen. Dann die drei Starter sollten klar sein. Und dann habe ich Smashers und Gamma-Burst gemained. Ich habe Cross-Feuer nicht im Main-Deck gespielt, weil ich halt flexibler Gross-Hecken sein wollte, dass ich nicht noch ein Regal auf Hand haben wollte. Weil ich spiele im Deck schon ein paar Karten, die Gross-Hecken so ein bisschen tot sein können. Deswegen wollte ich diese beiden Karten spielen, die mir Gross-Hecken-Games gewinnen können, mit denen ich halt nicht unbedingt verliere, wenn ich es jetzt halt Hard-Draw, weil Gamma-Burst ist halt Gross-Hecken schon eine gewinnt gute Karte. Und das möchte ich auch keine Sachen outen, die mich halt nerven. Dann habe ich logischerweise drei Biber gespielt und zwei Angler. Der gute italienische Angler, ganz wichtig. Die Engine ist mandatory und die ist insane. Also das nicht zu spielen wäre schwachsinnig. Das sind einfach gute Karten, das sind super normal zusammen und die Karten über den Sprit zu schicken ist halt schon gut. Würde ich auf jeden Fall auch genauso wieder machen. Und dann habe ich noch das hier gespielt. Dark Back in the Beast mit zwei Gates. Wollt ihr nicht wissen, was die Karte tut, die Karte auf Normalbeschwörung addet die das Ding hier. Das Ding addet den hier. Und der gibt uns eine extra Normalbeschwörung für ein Fiend 0 ACK Monster, also ihn selber. Der hier hat auch eine andere Fähigkeit, dass wir eine Karte diskaten können und wir dann Fiend mit 0 ACK von Graves zurückspackeln können. Die Theorie dahinter war, ich wollte einen zweiten Normal-Zermin-Engine spielen. Ich habe jetzt hier fünf Karten genommen. Lieber wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich wollte das mal ausprobieren. Weil es kommt halt auch vor, dass man halt den hier Hard-Drawt und dass man halt keinen Lieber-Access hat. Gegenüber Sprint und den zweiten halt über den Discard von dem kriegen wir nochmal ein extra Monster ausfällt. Also zwei extra Monster, mit denen wir dann nochmal eine andere Karte machen können. Deswegen kommt das halt auf. Die hat mich heute eigentlich überzeugt, die Engine. Die ist an sich echt nicht schlecht. Der extra Buddy, der ist halt wirklich super. Und im Grind Games ist das auch ganz cool, denn ich kriege halt immer ein Level-2-Monster ausfällt, den man es diskadet. Wenn ihr also noch eine Karte an der Rand haltet, ihr zieht die zweite Karte nach, ist das wirklich halt eine gute Karte. Dann habe ich noch gespielt zwei Light-Sage und eine Lilibell. Die Engine war auch gut. Das Problem bei der Engine ist halt, die kollidiert so ein bisschen mit den anderen Sachen. Das heißt, wir haben sehr viele Sachen, die hier zu Level-2-Monster geben können, aber wir können nicht so viel damit anfangen. Deswegen, in Zukunft würde ich halt entweder das spielen oder das spielen. Oder spielt anstatt den Sachen, spielt ihr halt Gamma mit dem Emergency Teleport. Das funktioniert auch ziemlich gut. Ich fand beides für sich alleinstehend heute ziemlich, ziemlich gut. Nur eine Karte wie die hier im Format zu spielen, wenn ihr halt darauf relyt, dass ihr eine Karte bekommt, wenn ihr eine Karte aktiviert, ist halt doof. Wenn ein Kaschierer im Format ist, der euch die Karte managen kann oder halt auch die Rune-Karten, die euch die Karte managen können. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde, aber die Engine fand ich gar nicht so bad heute. Dann für die Non-Engine-Karten habe ich drei Enemy-Controller gespielt. Unglaublich gute Karte. Dann drei Ash, Baldespia und selbst gegen Kaschierer kann die ziemlich gut sein. Dann habe ich tatsächlich drei Book of Moon gespielt. Und drei Eclipse. Das waren jetzt zwölf Slots, weil ich halt eine ganz große Normal-Summen-Engine gespielt habe. Mit den zehn Karten mit Biba und Angler und Becklingbeast und Gates und halt die drei Karten noch von der Trickster-Engine. Zwölf Karten, die waren an sich gut. Ich würde wahrscheinlich beim nächsten Mal dann noch drei Prosperities spielen, damit ich das halt nicht habe. Und für die letzten drei Karten im Main-Eck sind es Melfi, Katzi und Pinny und halt Epiria. Epiria war die 41. Karte, denn ich habe die Seelenschere nicht gespielt. Und ich wollte noch ein anderes Target haben für Gigantic, dass zumindest halt ich einen Plus bekomme für die Becklingbeast-Engine. Dass ich halt eine Karte zum Diskaden habe, wenn ich mir nicht halt schon das Gate gesucht habe oder so. Deswegen, gute Karte würde ich wahrscheinlich aber nicht mehr spielen, wenn ich Prosperity spiele. Weil dann kommt die Karte halt nicht auf. Wahrscheinlich würde ich noch die Seelenschere spielen. Die Karten waren beide gut. Wenn ihr die Hard-Drawed ist okay. Wenn ihr die Hard-Drawed ist auch okay. Und wenn es halt doof ist, wenn ihr die Hard-Drawed, Biba und Angler zieht, dann habt ihr halt irgendwie ein bisschen das Problem. Weil dann kann die Karte euch nicht mehr extra Plus geben. Das ist halt ein bisschen schade. Und die beiden zu ziehen ist halt auch nicht so geil. Das sage ich euch, bevor ich jetzt über das Extradeck side gekoste, habe ich mal das Side-Deck. Denn ich habe Crossfire wie gesagt gesided. Ist eine gute Karte. Ich habe sowohl Mine-Control als auch Überläufer gesided. Überläufer pauschal eine deutlich bessere Karte. Das sind halt Sachen, die sind fürs Match-Up wie Crash-Tierer ziemlich gut. Weil wir einfach das Gegner schon mal zerklauen können. Und dann halt Sachen machen können. Dafür ist halt Mine-Control nicht ganz so gut wie Überläufer. Aber logischerweise beides Optionen, die viable sind. Denn Mine-Control plus Enemy-Controller ist halt schon ziemlich krass, um halt ein Gegner aus dem Board zu outen. Ihr könnt halt nicht das Monster tributieren. Die für Enemy-Controller tributieren, die ihr klaut. Und trotzdem kann das halt schon Sachen vom Gegner haupt sein, wenn ihr mehrere Sachen klauen könnt. Dann habe ich tatsächlich drei Kaijus gespielt. Ich habe den Kaiju nur einmal gesehen. Da war er gut. Kann ich nicht viel zu sagen. Aber grundsätzlich eine solide Option, wenn ihr halt gegen so Boss-Monster-Probleme habt. Dann habe ich drei Lanzen gespielt. Für zwei Gründe. Zum einen ist sie halt gegen Castierer, wenn die First gehen, halt ziemlich gut. Das heißt, ihr könnt eine Lanze schmeißen. Und dann könnt ihr nicht eure ganzen Karten im Exile-Clanation. Das ist ziemlich gut. Der Grund, warum ich die eigentlich gespielt habe, ist, weil mein Board extrem anfällig gegen Evenly und gegen Eclipse ist. Das bedeutet, wenn ihr halt Evenly-Pus-Eclipse habt, das ist ein bisschen beschissen. Und deswegen habe ich die drei Karten Go-First immer reingesided, damit ich halt das Eclipse negieren kann mit meinem Carrot und das Evenly damit halt abfangen kann. Und so nehme ich auch den Sec raus, wenn die wirklich mit zwei Evenly starten. Das kann ja auch passieren. Weil wenn ich das erste Evenly damit quasi aufhalte, können die halt die zweite Evenly gar nicht mehr machen. Deswegen ist die Karte halt legit ziemlich, ziemlich gut. Dann habe ich drei Cosmic gespielt. Weil ich halt gegen Runic ein bisschen was haben wollte. Und gegen so Floodgates. Und da ist meiner Meinung nach Cosmic die beste Option. Weil wenn ihr jetzt ja einen Skill-Rain liegen habt und du machst halt Crystal Cosmic drauf, dann kannst du in der Regel weiterspielen. Und deswegen war das auf jeden Fall eine ganz gute Karte. Und die letzte Karte im Side-Deck war Evenly. Evenly heute, ich glaube, dreimal gezogen. Zweimal davon Resolved. Einfach eine gute Karte. Würde ich im aktuellen Format spielen, weil die Gegner legen halt keinen Spell-Trap-Nagate hin, außer ihr spielt halt gegen Sprite. Aber ansonsten ist es halt immer eine Karte, die euch halt, sagen wir, das Game wieder zurückholt. Dann kommen wir jetzt zu meinem illustren Extradeck. Da habe ich einmal Gigantic plus Gigantic. Ich habe nur zwei gespielt, denn ich glaube, zwei reichen komplett aus, damit ihr halt wirklich spielen könnt. Dann Sprint. Und Sprint. Den braucht ihr definitiv zweimal. Weil dann kann der Shiro euch einen rausnimmt. Habt ihr echt ein Problem. Deswegen müsst ihr den auf jeden Fall zweimal spielen. Bei Gigantic könnte man dasselbe Resonation machen. Das wenn ihr einen benutzt, denkt, dann bände ich euch einen davon aus dem Extradeck. Habt ihr halt keinen mehr. Aber in der Regel habt ihr trotzdem die Möglichkeit, das Game zu gewinnen, wenn das halt passieren sollte. Deswegen fand ich Utili von anderen Karten ein bisschen besser. Habe ich den einen Ginbuster gespielt. Gute Karte. Kam heute auf jeden Fall auch ein paar Mal auf. Dann Onibimaru. Ich habe viele gesehen, die die Karte da haben. Ich verstehe nicht warum, weil die Karte sorgt dafür, dass ihr mit Gamma Burst halt gamen könnt. Und deshalb ist die Karte super wichtig für den Gamma Burst OTK. Weil ihr das eine Monster removed, was euch im Weg steht, damit ihr halt OTK an könnt. Und da ist sie wirklich richtig, richtig solide. Dann habe ich noch einmal Manikic Kick gespielt. Ist ein ähnlicher Resonation wie bei Onibimaru. Die Karte kann euch helfen, den Gamma Burst OTK zu machen. Wenn ihr dem Gegner ein Monster gebt mit 0 OTK, könnt ihr halt easy für Damage drücken. Selbst wenn ihr mehrere Monster auf dem Feld habt und ihr quasi dieses eine Monster noch braucht, damit ihr halt genug Damage machen könnt für Game. Und die Karte ist halt schön, weil ihr da immer viel zu reviven können. Wie jetzt ein Sprint zum Beispiel oder ein Gigantic. Da ist die super hilfreich. Das kommt zwar nicht oft auf. Das ist so die Karte, die man am wenigsten benötigt. Aber sie ist halt super hilfreich. Dann schließlich noch einmal Malfi des Waldes. Der ist wirklich nur für die Malfi Engine da. Denn den Gale-Effekt von dem wäre cool, wenn er sich anketten würde. Aber leider macht er das auch für Solve. Ansonsten eine sehr gute Karte. Vor allem gegen Kastierer ist die wirklich ziemlich gut. Dann habe ich noch einmal Mosquito gespielt. Mosquito ist eine gute Karte. Also die finisht Games, die ihr eigentlich verlieren müsstet. Deshalb ist die einfach ziemlich gut. Dann habe ich noch einmal Phönix gespielt. Ich wollte noch einmal ein generisches Linkmonster haben. Wenn ich mir die ganzen Karten im Gegner klaue, dass ich irgendwo reinrennen kann. Und eine Karte, die irgendwelche Floodgates outen kann, die ich vielleicht nicht unbedingt outen kann, ohne diese Karte. Deswegen ist die Karte halt super hilfreich. Und ich habe die zweimal gemacht heute. Und zweimal war sie wirklich auch gut, als ich sie gebaut habe. Dann habe ich noch einmal ein Downhand gespielt. Und zwei Zeus. Ich weiß, viele haben mittlerweile Downhand gecuttet. Wegen dem Space selber. Aber man muss wirklich sagen, dass Downhand immer wieder mal aufkommt. Dass wir halt ein extra Material brauchen. Und ich spiele auf jeden Fall zwei Zeus wegen Castiera. Ich glaube auch, selbst wenn Castiera nicht im Format wäre, würde ich trotzdem aktuell zwei Zeus spielen. Weil wir den Space halt haben, weil wir halt keine Elf mehr spielen. Obviously. Aber wirklich eine gute Karte. Zeus war heute eh... Also jedes Mal, wenn Zeus beschworen wurde, war es einfach krank. Und dann spielen wir noch einmal lustige Mephys und den Herald. Das sind die beiden Targets für Pinny. Je nach Situation kann es halt sinnvoll sein, wenn wir die lustigen Mephys machen, dass wir halt Monster vom Gegner bouncen. Oder wer halt den Omni-Negate bekommt. Beides super relevant. Der Herald ist theoretisch besser, wenn ihr Crossfire habt. Das heißt, wenn ihr wirklich halt first gegangen seid. Ihr habt Crossfire eingesetet. Habt ihr euch gesearcht. Das Beispiel der den, weil ihr dann zwei Omni-Negates bekommt. Wenn ihr aber nur Monster vom Gegner vermoven müsst, weil ihr euch quasi outen kann. Dann holt ihr halt den hier und haut ihn quasi weg. Und klaut euch mit Crossfire einfach das nächste Monster, was ihr beschwört. Deswegen beide Karten super, super valuable. An dieser Stelle nochmal ganz kurz ein Dank an Manga Mafia fürs Einladen für dieses Event. Das hat bis auf so ein paar kleine Kinderkrankheiten auch echt gut funktioniert. Die Spieler waren motiviert. 100 Leute für die Location war auch wirklich ziemlich gut. Die Location war auch ganz cool. Außer, dass wir nicht wirklich Internet hatten. Das war ein bisschen kritisch. Aber ansonsten, ich hoffe, dass wir sowas in Zukunft nochmal machen können. Wenn ihr Locals spielen wollt und ihr kommt aus der Nähe von Dortmund, schaut mal bei Manga Mafia vorbei. Ich habe gehört, die haben so 30 Plätze oder so. Cooler Store. Und der Typ, der die Locals veranstaltet, ist auch ein netter Typ. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao. Oh, Leute.